So, machen wir die Scheiße mal an, wa? Jawoll! Wunderschönen guten Morgen, wir befinden uns hier im Crepesstand gerade und ich mach gerade erst mal fertig alles, damit man nicht sauber machen muss, hügelt man einfach das komplette Gerät mit Alupo hier ein, dann ist man nämlich immer sauber, weißt du? So, ich arbeite heute noch ein bisschen, ich versuche das hier so ein bisschen mitzufilmen, ich weiß nicht wie viel ich hier heute wirklich mitfilmen kann, weil ich weiß noch nicht wie viel los haben wird, aber ich filme heute ein bisschen und heute Abend gehen wir auf ein Treffen mit Atzi, wird hoffentlich ganz witzig, hoffentlich, aber erstmal muss ich arbeiten, ich hasse arbeiten. Das Schlimmste ist eigentlich, dass ich hier kein WLAN hab, dass ich kein Internet hier vernünftig hab, das ist beschissen, das ist eigentlich das Schlimmste, aber was machen wir, wenn man kein Internet hat? Ja, ich hab da nur rosanen Streifen, das Handy kommt auch die Tage weg, aber dann? Spielt man einfach ein Spiel, Loading. Kennt ihr das Spiel? Das ist super. So, ist halt nix los, jetzt bin ich erstmal hier in den Imbiss drin, ist arschkalt draußen. Eigentlich stehe ich ja da drüben, da mit Crepe, aber ist arschkalt und hab ich keinen Bock mehr. Jetzt machen wir einfach Frühstück, da ist Pommes mit Currywurst. Currywurst. Redest du wieder? Ich rede wieder. Hallo. Ist das komisch? Ich bin Currymaus, hinten sitzt Fritten. Fritten Sidney. Fritten Sidney, Currymaus und der Crepegott. Alle zusammen. Crepegott? Ich bin der Crepegott. Oh, ich muss rüber, der Crepegott. So, das ist hier Sidney. Wir haben die Kamera gerade gefunden von Crepegott. Wir verbringen jetzt hier heute mal einen Tag zusammen. Vicky ist mal nicht alleine. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Hier haben wir heute Sport-Day. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Mit so einem komischen Eiswagen hier und so. Ja. Und wir sind heute mal live. Du kannst die Kamera, pass auf, ich zeig dir das. Einfach dreh mal um. Du kannst auch so. Dann machst du so und dann drehst du dich auch so und dann siehst du dich auch selber. Ja, sag das doch. Oh Gott, sieht man schrecklich aus. Ja, auf jeden Fall sind wir hier heute richtig alle zusammen. Hä? Wir holen uns heute mal einen schönen Eisbecher. Nee, holt lieber einen Crepe. Ja, also ihr natürlich einen Crepe. Und ich glaube, wir essen heute mal ein Eis, weil wir essen jeden Tag zwei, drei Crepes. Und ich glaube, es gibt keinenみたい. Viel solidarity mit Whisper-Day. Die Fif hiring am Mehrwert. Und ich weiß nicht die Rei course. dellsורה mit Helmut Und ich freue mich auf meinen Seiten. Und ich freue mich bei die Reibe. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020